Ich, der größte Schisser der Welt, noch mit der Kamera in der Hand, leck mich am Arsch. Das ist das Schwesternheim, wo wir hingehen, ein Kleinschwesternheim, egal wo, irgendwo, im Nirgendwo. Hätestens Ende der Woche kommt dann noch ein zweites Video von einem verlassenen Krankenhaus. Aber jetzt gucken wir uns das Schwesternheim an, wir laufen jetzt mal hoch und viel Spaß beim Video. Da ist schon mal eine Absperrung. Von der Sache näher. Ich stelle jetzt drüben die Tür auf der Seite. Ich brauche ein bisschen das mit oben in den Krieg. Was war das? Oh, das ist Pilotenhunde fließen. Ich weiß, es ist ja gar nicht herrscht, aber es ist schon gar nicht in der Küche. Das waren die Küche. Vorbereitungskammer. Die haben hier die ganzen fünfmal aufgerupft. Von sehen ist es relativ dukel hier drin. Wir gucken jetzt mal, was jetzt von mir aus die Wege liegt. Hier haben die ganzen geilen Schwestern geduscht. Wir sehen hier, was man macht. Das ist cool, ja. Das ist doch ein Klaas. Keine Ahnung. Komm da durch. Bin vorsichtig. Was hat denn der Christian wieder entdeckt? Ich bin der Wahnsinn, oder? Ja. Komm, da gehen wir nochmal durch. Ja, Löscher. Hat die Ballett hier schon mal jemand mit Jumbo getrunken? Keine Ahnung. Das ist doch so komisch vor hinten, die Bude, ja. Ich bin der Himself. Der ist eine große Aufbensbegründe. Ich bin der Rettest dem TOTL AT. Ich bin der Rettest. Was ist das? Was ist das für ein Partybau? Aber diese Türen da auch, die waren mal zugehört. Das sieht aus wie so eine Kindparty, du hast recht. Wie so eine kleine illegale Bar. Nehmen wir Bier bitte. Ich weiß nicht, ob ich da rauskriege. Was für ein riesiger Motorbruch! Ich wollte gerade kappeln. Das ist wieder so weit weg. Ne, gehts wieder raus. Ne, gehts wieder raus. Gehts wieder raus. Subway to Sandy. Also es geht aber nur der eine Weg hoch, Christian. So wie es ausschaut. Ich würde sagen, ich gehe vor. Ganz... Alter geht das weit hoch. Da kommt es gar nicht mehr bis hoch. 4-3-3-4. Wie ist das hier? Wie ist das hier? Wie ist das hier? Es geht mit dran. Also wenn ich absägele, sägele ich richtig ab. Und da seid ihr dabei. 2-3-2-3-2. Ha! Noch ein. Ob wie er hoch läuft, ist das süß! Ja, da bin ich schon gespannt hier. Ja. Ich habe jetzt mal aufgehört und dann hinten wieder einige gewinnt, aber das差iert nicht mehr Fußboden. Wie gesagt, da kommen wir definitiv nicht mehr hoch, glaube ich nicht. Wir kommen hoch. Wir kommen definitiv hoch. Geht das hin? Ist doch viel dabei, ja. Ja mei, wo ist es denn jetzt? Guck aufs mal! Ja, fall erst mal runter. Es ist auch schon ein Stück hoch. Es ist ja nicht so, dass man jetzt hier... Ja, du fliegst ja ab mich drauf. Punkt. Wie sieht denn da von uns aus? Gut. Ja. Ich der größte Schisser der Welt. Ich bin doch mit der Kamera in den Beinen. Der lässt mich aufm Arsch. Ich habe das Gefühl, irgendwas wackelt hier. Ja. Darf ich dir was sagen? Nee, wird er wohl nur nicht. Da hältst du ja auch. Ja, hier. Das holt. Das Stück. Ich könnte mal gucken, wie alt die Zeitungen sind. Ich glaube nicht, dass wir hier runter verlinken. Ja, hier. So wieder Scheiße. Ich habe so wieder Scheiße. Was ist das für ein Glück? Die Tageszeitung von 1990, Dezember. 80 Fench. Albanische Flüchtlinge. Die Frist läuft ab. Jawohl. Meine Freunde, danke fürs Zuschauen. Das war unser neues Video. Was die Tage kommt, keine Ahnung, was noch kommt. Der Kanal ist ja eigentlich für alles da. Hallo, auch die Haltung wird benoten. Gehen sie nur hier rum? Was noch kommt, keine Ahnung. Der Kanal ist ja eigentlich für alles da. Für Lost Place, für alle Plätze, wo was los ist. Und was noch kommt, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall das nächste Video. Und was dann kommt, das sehen wir. Tschüss.